Willkommen bei Med und Honigwein und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich einen meiner selbstgemachten Honigweine verkosten. Oder eigentlich ist es ein Med mit Gemüse und Gewürzen. Und das Rezept dazu findet ihr auf diesem YouTube-Kanal. Da sage ich noch Online-Production. Da hat der Kanal noch einen anderen Namen gehabt. Auf jeden Fall, ich lasse meine Med-Sorten mindestens ein halbes Jahr ruhen. Nachdem ich sie gefiltert habe, der ist jetzt von Januar 2021 und damit neun Monate gereift. Meistens lasse ich den sogar fast zwei Jahre Zeit oder mehr. Das tut einem Med gut, allerdings in dem ersten halben Jahr passiert am meisten. Ich habe den noch nicht probiert. Freunde haben den schon probiert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Sehr positive Resonanz bekommen. Allerdings kann ich gleich sagen, ich bin mit meinen eigenen Honigweinen immer am kritischsten. Weil ich das perfekte Rezept entwickeln will. Und es eigentlich erst nur für mich persönlich zweimal geschafft habe. Alles andere sind zum Teil gute Meds, auch Meds, die okay sind. Naja, ich habe auch schon zwei weggeschüttet. Ich öffne den hier mal. Ich habe hier Portweinhefe verwendet. Erfahrungsgemäß hat der Med ungefähr etwas zwischen 14,5 und 15% Alkoholgehalt. Das ist sehr zuverlässig bei der Hefe und wie ich das mache. Ich verkoste ihn auch deshalb, weil jetzt Kürbiszeit ist. Und falls jemand ein Kürbismed machen will und sich an meinem Rezept orientiert, hat man natürlich jetzt die Möglichkeit auch mal zu erfahren, was ich davon denke, was ich sage und was ich besser machen würde. Weil meistens ist, nachdem ich ihn mit probiere, doch eine Idee, wie ich ihn verbessern würde. Jetzt ist er geöffnet, steril gefiltert. Ich verwende immer Korken. Derzeit Plastikkorken. Liegt daran, dass ich keinen guten Hersteller für richtige Korken gefunden habe, die bezahlbar sind. Und die sind, naja, wird wieder kommen. Das ist einen ordentlichen Schluck, den ich mir einschenke. Da bin ich mal gespannt, was der Honigwein so kann. Der ist nicht gefärbt. Will ich nur darauf hinweisen. Kann sein, dass der dann leicht dunkler ist, weil ich davor was anderes gefiltert habe, was Farbe hatte. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass das die natürliche Farbe ist. Vom Gewürz der Kürbis selber gibt nicht so viel Farbe ab. Okay. Zimt. Piment. Kürbis. Vanille fehlt hier noch. Wäre das ein Weihnachtsmeet. Eine süße Note. Leicht Ingwer. Der ist schön. Mit ein bisschen Bewegung. Wird der leicht scharf. Leicht säuerlich. Ja, schon ein bisschen beißend. Ich bin sehr kritisch, was meine eigenen angeht. Kritischer wahrscheinlich als die anderen Meetsorten, die ich hier verkoste. Weil das ist das, wo mir immer was möglich ist zu verändern. Ja. Zimt. Unverkennbar. Zimt ist die Hauptaroma. Überriecht man. Und wirklich eine Kürbisnote. Und etwas leicht rauchiges im Aroma. Ich weiß nicht, vielleicht. Nee, das kann nicht sein. Schön weg. Also ich habe hier Hokkaido drin. Und Big Macs. Hokkaido. Nur das Fruchtfleisch. Und Big Macs auch mit der Schale eigentlich für die Farbe. Aber ich glaube, die Farbe kommt wirklich vom Gewürz. Denn am Ende habe ich hier noch eine amerikanische Gewürzmischung reingemacht. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch die Videos ja anschauen. Dann probieren wir mal. Zum Wohl. Im Mund. Leichte Schärfe auf der Zunge. Zimt lässt sich vielleicht erahnen. Die ist, ich glaube, der geht noch als halb trocken durch. Noch nicht als süß. Und ich trinke den gerade bei 10 Grad. Der ist relativ kalt. Normal habe ich 15 Grad den weht. Ganz leicht lässt sich Honig herausschmecken. Ansonsten ist ein sehr weicher, sehr sanfter im Mund. Beim Runterschlucken wird es plötzlich schärfer. Man schmeckt gleich den Ingwer raus. Man schmeckt ein bisschen intensiver den Honig. Eine leichte Bitterkeit auf der Zunge. Die Schärfe legt sich wirklich auch auf die Seiten der Zunge. Und jetzt, wo ich etwas länger im Mund habe, kommt so langsam Zimt hervor. Das Zimt ist wirklich die Hauptnote. Im Mund noch so ein bisschen bitter. Liegt wahrscheinlich auch in den Gewürzen. Wir haben den Mund voll. Also jetzt, wo man runtergeschockt hat, kommen, schlagen die Gewürze durch. Ich glaube, der Geschmack bleibt doch wirklich lange im Mund. Ja, der Honiggeschmack ist nicht ganz so intensiv, wie ich mir das wünschen würde. Wahrscheinlich auch durch den, durch das Gewürz. Durch den Zimt, der so durchsteckt. Piment. Ingwer. Aber Ingwer ist nicht so präsent. Also eigentlich wirklich, man hat eine starke Zimtnote. Was hier, glaube ich, noch gut passen würde, wäre Vanille. Was ich mir bei dem Med gut vorstellen kann, ist, dass der auch warm schmeckt. Das heißt, dass man den erhitzt auf 40, 45 Grad. Und dann, wenn es draußen regnerisch, kalt, stürmisch ist, dass der da wirklich schmeckt. Ein wirklicher Herbstmed ist das. Auch für die intensiven Noten. Oder man haut die Vanille dann rein, wenn man den erhitzt hat. So zum Essen, nebenbei trinken, ist der zu dominant, zu scharf. Finde ich persönlich. Was ich verbessern würde, ich würde wahrscheinlich jetzt, wenn ich das Rezept nochmal machen würde, vielleicht mache ich das nächstes Jahr, dieses Jahr passt das leider nicht, aber würde ich stattdessen Butternutkirbisse bekommen, nehmen. Die Butternutkirbisse, 40 Minuten auf beiden Seiten, im Backofen bei 200 Grad oder so backen oder 180 Grad backen. Und dann herausnehmen, dann ist das weich wie Mousse. Dafür verwenden, der Geschmack ist einfach besser. Ich habe seitdem einiges mit Kirbissen experimentiert. Auch nicht, wenn ich mit Med. Das Gewürz habe ich auch ein paar Experimente. Ich würde es rösten in der Pfanne ohne Öl. Oder auf den Butternutkirbis draufstreuen. Und zwar würde ich nur die Hälfte nehmen von dem Gewürz. Das Rezept habe ich ja unter dem anderen Video. Ich würde es nicht ganz so intensiv machen. Das wird ein bisschen intensiver, dadurch, dass man es röstet. Und wird gleichzeitig hier ein bisschen milder im Ende im Med. Und was ich auch machen würde, ich würde ein Viertel des Honigs austauschen. Mit einem kräftigen Honig. Oder sogar die Hälfte mit zum Beispiel einem, naja, ein Viertel würde reichen. Weidhonig oder Tannenhonig oder so. Das wäre so spontan, was mir dazu einfällt. Ich würde den Dreck verbessern wollen. Ich möchte die Honignote etwas besser haben. Ich möchte die Schärfe und die bittere Note im Mund ein bisschen milder haben. Der Zimpf wird immer noch durchstechen. Und den Kirbis nimmt man wahr. Der wird vielleicht noch ein bisschen besser schmecken. Das wäre so meine spontane Idee, falls jemand das Rezept nachmachen will. Es ist absolut lecker. Es lohnt sich. Ist halt ein wirklicher Wintermeet. Wer den jetzt ansitzt, der kann sich nächstes Jahr drüber freuen. Allerdings, wenn jemand verbessern möchte, wird es in die Richtung gehen. Ich gucke mal, ob ich nächstes Jahr vielleicht einen neuen Kirbismet ansetze. Und mit einem verbesserten Rezept. Genau. Das war so mein spontaner Eindruck. Nächsten Monat gibt es wieder einen neuen Meht von mir, den ich schon produziert habe und hier vorgestellt habe auf dem YouTube-Kanal, dass ihr auch einen Eindruck bekommt, wie so ein Honigwein schmeckt, wenn er fertig ist. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis bald. Bye. ENDE Untertitelung des ZDF für funk, 2017